Ja moin moin, schön dass ihr eingeschaltet habt zu Forza Horizon 5. Mein Name ist Timoschke und ich wünsche euch heute auf jeden Fall viel Spaß. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Scheuenfund. Der wird häufig nachgefragt in den Sümpfen. Und den Rest habe ich tatsächlich zeitlich einfach noch nicht gepackt diese Woche. Aber da wird in Zukunft auf jeden Fall mehr kommen. Ich habe richtig Bock drauf ein paar Videos hochzuladen. Jetzt zu Forza Horizon 5. Der Teil macht mir einfach auch derbe Spaß. Muss man einfach mal so sagen. Ja hier auf jeden Fall der Scheuenfund. Und den findet ihr dann im Sumpf. Da gibt es gleich noch eine super Erneuerung. So eine Geschenklieferung. Da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Das ist der Standort wo ich den Scheuenfund gefunden habe. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Geschenklieferung dazu an. Ganz verstanden habe ich es noch nicht. Aber es scheint wohl so zu sein, dass man seine Autos in diese Scheune reinstellen kann oder ähnlich ist, um sie zu verschenken. Ja, ich habe mich jetzt dadurch, dass meine Auswahl natürlich auch sehr mickrig ist, habe ich mich für den Golf entschieden. Und ja, da bekommt man jetzt gleich nochmal einen kleinen Überblick. An wem das verschenkt werden soll. Und da kann man sich dann halt aussuchen. Neue Spieler oder... Ich habe mich jetzt für die Mitwirkenden entschieden in der Community. Ja, dann kann man sich da noch einen netten Text dazu aussuchen. Der mitgeschickt werden soll. Ja, dann sucht man sich halt aus, ob man namentlich erwähnt werden möchte oder man es lassen lässt. Und dann taucht es da so auf. Könnt ihr das Geschenk versenden. Ja, dann habe ich mir noch schnell die Fairlady gekauft, weil ich einfach die Weekly schaffen wollte mit dem bestimmten Auto. Also, ich habe leider nicht darauf geachtet, dass ich noch keine Sterne sammeln kann auf öffentlichen Routen, was das Driften betrifft. Deswegen achtet darauf, bevor ihr die jetzt noch kauft und das vielleicht heute noch machen wollt. Wenn ihr keine Drift Zone habt, dann könnt ihr die Weekly eigentlich auch nicht machen. Und soweit habe ich noch nicht gespielt, dass ich die frei habe. Das heißt, das werde ich versuchen heute nochmal zu erreichen. Dann noch einen letzten Tipp, statt mit X euch irgendwo mit Schnellreise hinzubewegen und euch das knapp 10.000 kostet, könnt ihr einfach auch im Menü nach Hause gehen und das kostet euch halt einfach mal gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.